Wir sind ja nicht so genug stark, also das Spiel ist wirklich ganz kinderleicht am Anfang, kein Problem für uns, ja kein Problem für uns. So Wölfchen, wo seid ihr? Ich glaube dort drüben. Okay, dann können wir den starten, ah haben wir schon, okay. Der ist nicht so gut, doch er ist gut. Ja, wieso hat jetzt 14 bis 19, hab ich mich verschaut. Okay, Wölfchen, wo seid ihr jetzt? Da. Genau. Boom. So. Okay, der ist gut. Prima. Die machen recht wenig damage. So. Ach du hast es geschafft. Tibi. Ja, am Anfang kann man sich doch schon noch freuen. Später wird alles besser hart. Level 40, komm nicht mehr weiter. Mit dir nicht, nein. Das wäre ein Pessimist. Oh ja. So. Auf ein bisschen schneller. Also, auf. Du hast es geschafft. Mit dir nicht mehr nicht mehr. Was ist die Wörfer, die. Und hier, das ist die Wuppe, dann wird alles fertig. Und das ist alles. Das ist es so interessant. So, gut, haben wir das auch und wir können sogar noch eine nächste Quest. Der Matriarch müssen wir töten. Okay, Trainer, hier bist du. Ich möchte gerne Arkan-Beschleunigung. Ja toll. Arkanisch Geschoss. So, Arkan-Beschleunigung. Das haben wir auch gut. Also, jetzt können wir den Matriarch mal angreifen. Oder weiter dumm labern. Wie sie das regeln in einem Duell oder weiter dumm labern. Okay. Okay. Hm. So, das ist der Matriarch. Das scheint stark zu sein. Da müssen wir aufpassen. Ne. Okay. Okay, der Ding macht auch fette Damage. Okay. Halma X. Wo ist denn die? Ah, das ist die, ähm, von der Tierquest. Kommt mal rein hier. Okay. Okay. So, okay. Jetzt rück. Okay. So, okay. So, ich mach's zu spät, ich schau's zu gehen. Ohh, Quest abgeben. So. Oh, okay. Ja, COME die Eigentate! Ah, Quest abgeben... So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zum Dorf. Noch nicht, ok. Hm. Also, wir sind fast Level 7. Noch ein kleines bisschen. Noch. Zwölf. Ok. Das ist noch eine Herausforderung. Hier unten lesen mit einer Halskehre. Kann man fast nicht runter schauen. Autsch. Naja. Wenn ich es so halte, dann geht es. Aber es zieht schon extrem nach links. Ups. Schade, dass ich keine Webcam habe. Das müsst ihr dann... Das hättet ihr wirklich schauen müssen. Wie ich probiere, da unten rechts hinzuschauen. Knacks und der Hals ist ab. Kann ich meinen Kopf auch aufs Pult legen? Nein, geht nicht. Ab. Wenn der Kopf ab ist, dann könnte ich es. Ja, hallo. Da Mondlicht. Ok. Der sucht nach Magnaniten. Ganz klar. Manche Spiele suchen nur noch nach Magnaniten, damit sie bessere Ausrüstung tragen, also kaufen können. Und dann ähm... Ja. Meinen sie sind die Besten, haben keine Ahnung und so. Und... Verkacken, dann ist ihnen trotzdem auch langweilig und so. Und dann hören sie mit dem Spielen auf. Tja. Wieso sucht man diese Sache nicht selbst? Ist klar. Natürlich ist es schwerer. Und langweiliger. Aber da hat man wenigstens auch keine Ahnung. Schatzilein. Du musst nicht traurig sein. Ich komm dich jetzt aufsammeln. So. Ah ja, ich wollte doch... Heim. Wir müssen zum Dorf. Ok. Wir müssen noch durch den Maraganda... durch den Wald... ähm... reiten. Also laufen. Ha! Der hat zwei Gesteine vergessen. Übersehen. Ha! Und noch ein Schatz. Ok. Dann sucht er wahrscheinlich nicht nach Steinen. Also... dass man die übersieht... ist schon extrem... peinlich. Dafür sind sie jetzt mein... Unser natürlich. Haha. Ich würde die Magnotiten... ähm... gerne verschenken. Oder auch... vertauschen. Ich weiss jetzt nicht. Ja. Kommt drauf an wie ich gut ich euch kenne und so. Und... Leute die gerne bei meinem Projekt mitmachen und... mir auch paar Sachen schenken oder so. Den... schenke ich gerne viele... Magnaniten. Ich sammle sie dann auch extra. Ja. So. Weil ich ein netter Mensch bin. Ganz netter. Hallo Schneiderlein. Das tapfere Schneiderlein. So. Geht da hin. So. Geht da hin. Das Bärenfeld. Trainingsstab. Face. Holzschild. Brauchen wir nicht. So. Haben wir noch einen Tausender verdient. Die Haupe tragen wir. Und jetzt gehen wir kurz noch... hier die Quest. Abgeben. Und Level Up. Sehr schön. So. Schon sieben Level erreicht in der ersten Aufnahme Session des neuen... der neuen Session. Sehr schön. Also. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Liken nicht mehr vergessen. Gell. Das vergessen sehr viele Leute. Das Liken. Wäre sehr schön wenn ihr liked. Oder. Wenn es euch nicht so gefällt. Dürft ihr natürlich auch. Ähm. Dies liken. Aber immerhin eine Bewertung. Wäre gut. Feedback wäre noch besser. Und wenn es euch nicht so gefällt. Jo. Aber. Das müsst ihr alles nicht. Trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.